Titan! Titan? Doch eins, Moment... Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan Mit dabei heute mal wieder den Killer Craft mit dem großen Schwanz Nicht vergessen, ne? Und wir gehen auf uns aber in 3, 2, 1 Gut, bin drauf Immerhin wird hier nur die Wahrheit gesprochen, ja, das kann man so sagen Und WTF, ich dachte gerade das sind mehr Leute als nur wie beide, weil ich in der F50 war Ja, jetzt warst du wieder in der F50, ne? Ja klar, warum sollte ich nicht in der F50 gewesen sein? Ja, ich weiß ganz genau, dass du lügst Ich lüge, oh ich hab Lapis gefunden Lapis? Ich baue mich einfach, ich baue mich ein bisschen runter Lapis Das ist unglaublich Das ist mein Mining Glück gerade Ich glaube ich kann jetzt aber hier so ein bisschen Mach jetzt aber hier noch so ein bisschen runter, weißt du? Geht's hier noch 2, 3 Blöcke runter Dann geh ich ein bisschen in diese Richtung Da wird dann Titan oder Dias oder so sein So, ich strip mine jetzt auch ein bisschen weiter hier Dann dreh ich durch Okay, ne, hier ist aber was Weißt du denn, ob man Titan oder abbauen kann mit einer Eisenspitzhacke? Eine Eisenspitzhacke, ja, sonst hätte ich es ja nicht abbauen können Ich habe ja keine Diaspitzhacke Hier ist ja du von uns verschwendet Verschwendet, sagt er Ich nicht Wisst ihr Leute, er sagt es verschwendet Aber Dias sind einfach nichts mehr wert Die Dias sind nichts mehr wert, sagt er einfach Die haben ihren Wert schon verloren Digga, du weißt, dass wir die Dias noch brauchen Um die Rüstung zu machen, also die Titan-Rüstung Natürlich, aber guck mal Wenn wir jetzt Titan genug finden Und wir jetzt sowieso noch minen Die nächsten Folgen und so Ich glaube... Ja schon Übrigens baue ich hier gerade in meine Zuschauer die Kohle ab Damit ich ein bisschen Level dazu bekomme Weil ich brauche die Levelzeit wirklich Um so ein bisschen... Titan! Titan? Ja Ne, oder? Doch, eins, Moment So, äh... Drum Mal schmeiß' ich den weg hier in den Scheißgedrehen Digga! Wir haben so viel Glück, ey Es ist echt grad nicht mehr normal Es ist echt Nicht mehr normal So Es ist echt Nicht mehr normal Das ist einfach, äh... Das Glück, das ich habe, wenn ich in Österreich bin Ganz einfach Siehst du Wir Österreicher Bring nur Vorteile Kommt nach Österreich Einfach wir Österreicher Bring nur Vorteile Alles klar So, okay Das sind jetzt vier Stück Das heißt, äh... Wir sollten noch ein Inget haben Das heißt, wir könnten... Warte, warte, warte Ich, ich, ich... Wenn du mir die vier Stück gibst Dann kann ich dir auch eine Titan-Chestplay machen Wenn du Lust hast Jetzt gerade Kannst du dann gleich eine machen Jetzt gerade Ich kann... Okay, ich komme Leute, wir werden overpowered Oh Das war unsere Workbench Hast du noch Holz? Ne Du hast kein Holz mehr? Natürlich habe ich noch Holz Ja, so Bitteschön Ähm... Ich habe doch natürlich... Ich bin doch wirklich der Farmer hier Ich habe... Natürlich habe ich die Workbench Guck mal Hö Oh, ist denn die Fackel auch? Unsere schöne Fackel Ich hatte Angst, dass der DIA oben gesprengt wird, ehrlich gesagt So, guck mal Guck mal, was ich dir jetzt schönes gebe Was? Guck's dir an Oh yeah Die sind zu sexy Äh, was? Ja, nice Okay Dann haben wir jetzt eine Titan-Display GG Ja, GG Schütz 2 und Dornen Schütz 2 und Dornen? Schütz 2 und Dornen? Ja Wow Nice Was bin ich da? Was hast du bekommen? Scheiß Ich kann scheiß verzaubern Kannst du irgendwas Gutes auf meinen Titan-Schwert verzaubern? Gerade, wenn du das mal reinlegst Ich habe keine Level jetzt mehr Okay, gut Dann gibts mir wieder Warte, aber ich schau mal, was ich bekommen würde Schärfe 1 nur Oder Bann Ja, eben Ja, nee, dann gibts mir wieder Ja, okay Ich soll's dir wieder geben, ne Immer soll's ich ihm geben Immer soll's... Nein, du sollst es mir nicht geben Nicht in diese Richtung gedacht Ja, ich hab's jetzt aber auch nicht so in diese Richtung gedacht, ne Falls du das jetzt gedacht hast Ja, ich weiß halt jetzt, was du denkst Ja, weißt du, Killer ist immer so pervers Und eine Witze finde ich gar nicht okay Ja, Killer ist immer so pervers Wow, ich hab Unbreaking 1, Unbreaking 1 oder Unbreaking 2 nehmen Hurensohn-Spiel Fick dich Einfach so Fick dich Fick dich, Minecraft Fick dich, Titan Scheiß Projekt Alles nur Hurenöne hier So Tschüss Danke Knockback Mann Legback, Alter Es ist so lächerlich Ich krieg so die Scheiße auf Die sind schwer Und ich hab im Moment nicht mal ne Chestplate an Ähm Au, das war dumm Das hast du jetzt schon wieder gemacht, Killer Alter, ich nehm jetzt aber hier scharpenes 1 und da ist jetzt noch Verbrennung drauf Bitte lass es nicht nur scharpenes 1 sein, das wär so nervig Knockback Verbrennung wär natürlich echt OP, ne, aber ich hab halt Äh Ja, ich hab jetzt noch Knockback drauf So, ich hab jetzt einfach verzaubert, weil es mich so aufgeregt hat Aber hast du denn Zuckerrohr? Zuckerrohr? Wie Zuckerrohr? Ja, Zuckerrohr hab ich Drei Zuckerrohr Ich hab noch zwei Zuckerrohr Das heißt theoretisch könnte ich jetzt dann gleich ein scharpenes 4 Schwert machen Weil ich hab ein Schärfe 2 Buch noch und ein Schärfe 1 Buch Wenn ich dann jetzt noch ein Schärfe 1 Buch hätte, könnte ich Schärfe 2 und Schärfe 2 kombinieren Und dann Schärfe 3 mit Schärfe 3 Buch Dann hätten wir schon ein Schärfe 4 Schwert Warte, hast du noch Leder in dem Fall? Ja, sechs Leder hab ich noch Dann komm sofort her Ja, ich komm sofort her Alter, ohne Witz Leute Alter, hier im Zimmer, ne, mir war es den ganzen Tag kalt Alter, immer wenn ich Titan aufnehme, wird mir richtig warm, Alter Immer wenn du Titan aufnimmst, wird dir warm Deine Probleme möchte ich haben Du bist ein Drecksau bist du Ja, aber komm, ich hab echt kein Glück mit dir in der Tauung So, warte Warte, dann gib mir nur ein Zuckerrohr, das reicht Ein Zuckerrohr? Hier ist dein einziges Zuckerrohr Ich hab übrigens null Levels Ich geh jetzt aber wieder farmen Warte, bleib noch schnell stehen Ja? Ich soll noch schnell stehen bleiben Weil ich muss was testen Hast du denn auch genug Levels? Das ist die Frage Ja, ja, ja Nee, ich gerade nicht Aber guck mal, ob du da Schärfe drauf bekommen würdest Ich hab null Levels, ne? Ja, aber schau doch mal, ob du's bekommen würdest Ja, ich würd's bekommen Für drei Level Gut, ja, dann, äh Baue jetzt noch irgendwas ab Redstone oder sowas Dann verzauber das Gib mir das Buch und dann läuft Ja, okay Ja, okay, gut Aber dann muss ich jetzt eh farmen gehen Das heißt, ich geh hoch wieder ein bisschen Stripmine Ah, und ich kann natürlich in den Dingens In den Ofen kann ich natürlich jetzt jede Menge Eisen und so machen Weil das gibt ja auch Experience Das darf man nicht vergessen Ja Ähm Was ist los? Oh my god Lava Was machst du, Alter? Lava kommt von allen Seiten rausgequillt Kommt von allen Seiten rausgegrillt Lava kommt rausgequillt Gequillt Gequillt, okay Sogen Quellen Habe ich das falsch verstanden oder hast du das richtig, äh, falsch gesagt? Du hast es falsch verstanden Das ist die Frage Nein, du hast es falsch gesagt Nein Ich lass nicht mit mir diskutieren Nein Ich lass die, ich lass die Zuschauer entscheiden Was hab ich gesagt? Rausgequillt oder rausgequillt? Was hat er gesagt? Hat er rausgequillt oder rausgequillt gesagt? Das will ich jetzt wissen, ja? Sag's mir Was sagst du rausgequillt oder rausgequillt? Was hat er gesagt? Ich hab ihn nicht mal gehört Richtig aggressiv Hä, wer ist King Els? Wer ist King Els? Wtf 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 Wer ist das? Kein Plan Kein Plan, Leute Was? Irgend so ein Typ ist auf dem Server Kein Jux, Eleftig Hä, wer ist das? Hä? Ne, jetzt aber ohne Spaß, wer ist das? Ja, keine Ahnung Wahrscheinlich ein Abonnent Der so ein bisschen die IP geleakt hat Und sich nur dachte so Jo, ich schau mal vorbei in Titan so Alles fresh bei euch so Jo Oder ist es Geist? Ich glaub Geist heißt Geist oder? Ja, Geist heißt Geist 0, 3 irgendwas Naja, Geist hat seinen schönen Namen Seinen schönen geistigen Namen Der Geist Geist Na er ist der Geistliche Er ist Geistlicher Er ist Geistlicher Alles klar So, komm Wir brauchen Titan Du Bitchkopf hier Weißt du Er sagt zu mir Bitchkopf Nein, nicht du Zu der Höhle sag ich das Ich sag doch nicht dir Bitchkopf Du bist ein Fischkopf Ohhhh Ohhhh Jetzt hab ich die Geist Habt ihr das gehört Leute? Jetzt muss ich nicht Jetzt lösche ich meinen Kanal Und Gewein Mimimimimi Er hat nicht Beleidig Oder du nennst ihn um zu Fischkopf Oder Herr Grumpy Ja, hatte ich ja schon mal Ich weiß Warum ist das eigentlich Du hast das geändert damals irgendwie Weil viele Leute sich so über deinen Namen lustig gemacht haben Ja, ne, ne Nicht weil sie sich lustig gemacht haben Sondern weil sie einfach Immer das mit Hundeficker assoziiert haben Und das wollte ich nicht Ich wollte nicht der Hundeficker sein Ich wollte Der Bumstocky sein Aber nicht der Du übrigens Thomas Ja Du hast das Eisen aus dem Diamantofen genommen Ja Das wäre meine Experience gewesen Dankeschön Obsterle Das tut mir leid Ich wollte Ich hab das Eisen gebraucht Ach so Wieso sagst du mir auch nix? Ja, ich hab das doch am Anfang gesagt Dass ich das jetzt reinlege Damit ich da Experience raus bekomme Damit ich dein scheiß Schafel Ich finde alle zwei Sekunden Redstone Und du bekommst irgendwie kein Experience Was denn los? Ja, ich hab ein Level Ein Level Und wie viel brauchst du Um du Enchant und Brei? Ja, ich wollte dann glaube ich 6 Um es freizuschalten Und dann 3 zahle ich Wenn mich nicht alles getäuscht hat Wenn ich das noch richtig im Kopf habe So, komm Gib mir Titan Hier hinten ist Titan nicht Hier ist jetzt Titan hinter der Mauer Schade Das ist kein Titan Und jetzt ist hier Titan hinter der Mauer Lustig ist, wenn du so random grabst Und dann einfach plötzlich Titan Wow, 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 wow Alter, fliegen Yeah Ja Das macht es besser Mann, hier muss doch irgendwo Titan sein Ohne Witz Ja, ich verstehe es auch nicht Irgendwo muss es doch noch Titan haben Ja, aber baust du dich auch in die Wände rein? Oder baust du dich nur so geradeaus? Ne, 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 ich baue mich auch in die Wände rein Aber hier ist so eine riesenlange Stripmine Wo sich niemand in die Wände reingekramen hat Und die ist nicht von mir Äh, ist die beleuchtet? Ja Ist sie, sie ist beleuchtet Komisch Aber ich baue mich immer in die Wände rein Also hier ist sie gar nichts in die Wände reingekramen Du bist einfach nur irgendwo in eine Richtung, ne? Oder das war Kingless, weißt du? Jaaaa, das war Kingless Das war Kingless, Leute Das ist jetzt unser neues Mobbing-Opfer, wenn man so will Ja, immer wenn irgendwas passiert, es war Kingless Außer wenn was Gutes passiert Aber baue auch Kohle ab und so, ne? Ja klar, ich baue Redstone ab, ich brauch die Levels Level bist du? Äh, drei Drei Ja, dann versuch schon mal zu enchanten Ja ne, ich brauch 6 Levels, um das ganze überhaupt enchanten zu können Zahlen tu ich nachher nur 3, aber du brauchst 6 Level, damit es angezeigt wird quasi 5 Minuten haben wir noch Verstehst du das? Was, noch 5 Minuten? Ja Ey, stand das bei dir schon? Bei mir stand das irgendwie noch nicht Nee, ich hab das grad mit T-Time reingegeben Ahja, 5 Minuten 15 Geht voll klar Ich nehme irgendwie alles mit in letzter Zeit Auch Eisen und so weiter, weil ich mir irgendwie so denke so Why not, oder? Ja Why the fuck not? Das denke ich mir auch immer Du kannst alles wrongen, gerade mit dem Safe Inventory Und wenn man jetzt vielleicht irgendwann zu hinter... Titan! Titan? Ja Ohne Scheiß? Ja, ich mein's ernst Wie viel? Warte, 1 Äh 2 3 4 5 6 Nee, ich Nee, gerade hab ich nur 4 Stück Ja, nur 4 4? Also nur 4 Ey Kann der mal nicht ein bisschen mehr hier rausrücken? Ohne Witz Boah, dieser Typ ey Dieser Thomas, voll arrogant ey Der prägt nur, dass er nur 4 hat Weißt du? Boah, so ne Scheiß ey Scheiß ey Scheiß ey Vor der Hornung Was? Kingless left again Schon wieder? Der lefted aber nur, der joint? Ja Was zum... Was zum... Hä? Der lefted immer nur Der kommt nie rauf Der lefted einfach Richtig der Magier mit der Maske Richtig der Joker, alter Richtig der Bad Boy So, wait Hier ist noch Eisen Ähm Die Frage ist, also warte Du hast 4 Titan gefunden ne? 4 Titan Ich hab selber noch 1 Das wären wieder Warte, das heißt Man könnte theoretisch ja Schuhe machen Nee, ja Schuhe Ja, weil wir bräuchten ja 2 Titan Crystals quasi Ja, aber die Frage ist Lohnt sich das wirklich? Weißt du, das ist immer so die Frage die ich mir stelle Lohnt sich das wirklich Schuhe jetzt zu machen? Nee, ich weiß es nicht Weil irgendwie ist es, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr finden Ich würd sagen, falls wir jetzt nächste Folge nicht mehr meinen sollten Boah, Titan Ja, geh mal zurück Wie viel Level hast du denn schon? Äh, 5 und irgendwas Und jetzt wenn ich das da hinten aus dem Ofen nehme Dann hab ich mein sechstes Level Ja, okay, dann nimmst du mal aus dem Ofen draus Dann kann ich hier dieses Scharpenesbuch machen Und dann werde ich dann noch die zweite Seite so ein bisschen abfarmen By the way Und dann, ähm, werden wir nochmal ein bisschen Titan finden Und dann machen wir noch ne Hose Weil das wär echt besser Ja, find ich auch Ach, das gibt keine Experience Nice Jo Du machst das Redstone da hinten Oder hast du das jetzt schon abgebaut? Ich hab nix abgebaut, ne Okay, gut Gut, gut, gut Er will mir schon wieder Sachen unterstellen, Leute Habt ihr's gemerkt? Das hab ich nicht, ich hab dir nichts unterstellt Ich hab nur gefragt, ob du's abgebaut hast Weil es hätte ja sein können Es hätte wirklich sein können, dass du das jetzt abgebaut hättest Und wenn du das gemacht... Bist du beim Ofen? Ja, bin ich Ah, okay, gut Alter Es gibt plötzlich so einen Namen und dachte mir so Hey, warst du nicht da hinten? What the fuck? Was geht ab? Okay Du willst ein Sharpness 1 Bruch, ne? Ja Ich hab dir hier ein Sharpness 1 Bruch Ja, das ist sehr nett Danke schön Ich schenke dir das jetzt Das ist kein Problem Komm von Kingless Grüße von Kingless So Alter, scheiß Mücke, geh weg So, die Frage ist Wir sollten eigentlich am Ende der Folge Also wenn es steht nur noch eine Minute Dann möchte ich mich ein bisschen weg Okay, ich könnte jetzt ne Schärfe 4 Schwert machen Dafür brauche ich 10 Level 4 Level habe ich, nice 10 Level, 4 Level hast du Dann hättest du Schärfe 4 Schwert Ja Okay, dann machen wir das so Ähm, dass wir Vielleicht jetzt doch einfach die Schuhe machen Dann mach ich Und ich hab noch ein Schärfe 1 Buch Ich hab noch ein Schärfe 1 Buch Wenn du möchtest, kannst du dein Dings dann auf Schärfe 2 machen Ja, ja, das ist, ja, das mach ich jetzt vielleicht Ja, hier, hier, komm her Komm her, oder was Sonst klatscht es schon wieder hier Ah, ja, ja Schärfe 1, so, bitte Okay, 2 Minuten Ich hab sie jetzt hier hingeworfen, das Buch, ne? Ja, wait, ich kann's holen Okay Sag, ich nehm's mir Ja Ich gönn mir das Ich würd sagen, wir gehen jetzt dann gleich Ich mach jetzt noch diese Schärfe Buch Und dann gehen wir hoch Okay? Hoch? Ja, hoch, oder nicht? Oder willst du noch weiter farmen? Äh Weil wir könnten auch in den Nether gehen Und dort Levels farmen Oder wir gehen einfach Wir müssen einfach die Mine ändern Naja, aber es funktioniert doch so gut Mit Levels hier unten, finde ich Also, keine Ahnung Jetzt, wenn du denkst auf Schärfe 4 Brauche ich nur 10 Level Und 10 Level ist wirklich ein Kackdreck Also das ist wirklich nix Ein Kackdreck Ja, das Problem ist halt Wir müssen ein bisschen die Position ändern Sonst können wir gesnipet werden Das Problem ist halt Ich brauche auch was zu essen Ja, ich brauche auch was zu essen Ich habe nur noch 4 Coilen Und ähm Hab nichts mehr 3,5 Coilen habe ich jetzt noch So, warte, ich mach jetzt noch kurz Sharpness 1 und 1 Gibt Sharpness 2 Und noch Kackdreck 1 Nice Ich hab Sharpness 2 Das ist schon mal nice Jetzt vielleicht kann ich die Chesspail ja noch verzahlen Aber ich guck kurz nach Ah, Protection 1 könnte ich drauf machen Aber das ist ein bisschen lame Ja Ein bisschen lame Ähm, auf jeden Fall ja Dann würde ich sagen Gehen wir hoch Oder nicht? Äh, weißt du was? Wir gehen hoch Wir gehen hoch, ja Wir nehmen jetzt noch Warte, ich nehme die Sachen Weil ich hab mehr Backpacks und so'n Scheiß Ja, ich baue mich straight hoch Du nimmst die Sachen noch mit Ich baue mich schon mal straight hoch Wenn ich so Wie letztes Mal Du baust dich dann aber unter mir hoch So, dann wissen wir wie der Weg safe ist und so weiter Und dann zoomen wir oben einfach essen Und dann gehen wir direkt wieder meinen Außer eben Wir könnten in der nächsten Folge Diesen Einen schönen Kill machen Äh, das wäre natürlich auch Die andere Option Das müssen wir dann dann sehen Oder das werden wir dann dann sehen So, ich baue mich straight gerade hoch Come on, come on So, ich bin gleich auch unterwegs Koordinatenhaus Naja, es reicht wahrscheinlich gerade wieder nicht Um ganz nach oben zu kommen Oh, beziehungsweise für dich reicht's 100%ig nicht Für mich nicht So, warte, wo hast du dich da jetzt genau hoch gebaut? Äh, dort wo so viel Koppel nach oben geht Ah, hier, okay, ich seh schon, ja Dort wo viel Koppel nach oben geht Ja, nee, für mich reicht's auch nicht Aber egal Fakt ist nicht Können wir jetzt nicht noch eine aufnehmen? Nee Nee, nee, nee Jetzt können wir glaube ich keine mehr aufnehmen Wenn mich nicht alles täuscht Ich würde sagen, wir gucken aber nächste Folge dann Ob's reicht so mit dem Dingens Mit diesem Kill Das werden wir dann bald erfahren Okay Und, ähm, dann gucken wir ob das reicht Wenn das reicht Wir haben mittlerweile wirklich gutes Equip wieder Äh, und sind jetzt wieder eigentlich Wir sind back Ja, wir sind wieder da Wir haben jetzt beide Titan-Testplays Sogar besseres Equip als vorher Alter, mein Schwert macht 0,25 Schaden Und wenn ich das jetzt, äh, ich mein 11,25 nicht nur Und wenn ich das dann jetzt auf Schärfe 4 mache Hat das schon jemand auf Schärfe 4? Äh, ich weiß nicht Ich glaub wenig Und sonst denk ich eher nicht Nee, aber wir haben jetzt auf jeden Fall wirklich saugutes Equip Saugute Chancen Und, äh, wir werden jetzt aber nicht Wie letztes Mal Wieder voll aggressiv spielen Ja Und wir werden diesmal nochmal ein bisschen mehr Farben gehen Eventuell Außer wir probieren jetzt Wir werden jetzt wieder so in diesen Modus gehen Wenn sich ein Snipe ergibt Machen wir ihn Und wenn nicht, dann nicht Ja So nach dem Motto Genau Naja Aber auf jeden Fall würde ich sagen, Freunde Das war's von dieser Folge Schaut beim Liedbomstor vorbei Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Alright, bis dahin Und tschüss Tschüss Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder